Ein Abo, uuuh, mach eben alle Spieler an. So, die Anzeigen. Junge, du bist so krank. Danke echt Leute, ist heftig. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir haben jetzt die 3000 Abonnenten und damit kriegt ihr auch das Pack, was nun eingeblendet ist. Danke an alle Supporter. Danke an alles. Danke an jeden, der im Stream dabei war. Es war einfach heftig, wie ihr mich supportet habt. Ihr habt so viel geteilt, ihr habt so viel getweetet. Yo, Leute, ich habe einfach 200 Abos heute gemacht am Freitag und es ist einfach heftig. Danke an jeden. Hashtag Feuerstein3k auf Twitter. Würde mich freuen. Ich retweete und like alles, was es damit zu tun hat. Es ist einfach heftig euer Support und Dankbarkeit ist auf jeden Fall da von meiner Seite aus. Es ist einfach heftig, wie ihr mich supportet habt. Und ohne euch wäre das nicht möglich gewesen, wie ihr mich heftig supportet habt. Ich kann es einfach nicht öfter sagen als Danke. Tausend Danke. Tausend Herzen. Das Texturpack ist per Mediafirelink inklusive RP24-Seite von Z-Type zu downloaden und ist auch alles erreichbar. Wenn ihr Fragen habt, wenn es ums TP geht oder so, schreibt es mir ruhig rein. Und der Blog-MG war nice und der noch nicer. Und schreibt es mir einfach rein. Und Jungs, ich bin einfach so dankbar einfach. Es ging so schnell jetzt und das habe ich euch wirklich, ich habe es eigentlich einfach zu bedanken. Teilt dieses Video mit Freunden. Sagt jedem Bescheid. Das hier ist das offizielle Video, wo das 3K Feuerstein Blue & Pink Pack released wurde. Danke an jeden Supporter. Und Grüße gehen an Loomis raus. Er hat mich auch nochmal geradet, was ich auch nochmal richtig korrekt fand, weil es eben auch ziemlich schnell dadurch ging. Ich hatte dann glaube ich 20 Abos mehr durch Loomis. Und es ist einfach heftig, wie heftig der Support war. Ich werde hier locker nur noch kacke labern. Ist mir egal. Das war einfach der heftigste Stream, den ich jetzt seit langem hatte. Ich habe da über 100 Abos gemacht in so kurzer Zeit, Leute. In so verdammt kurzer Zeit. Ich habe jetzt noch ein paar Bugs gefixt und das Fadenkreuz rausgetan, sodass es euch auch gut gefällt. Beziehungsweise benutzt mal Crosshair Mod, dann habt ihr ein schöneres. Wenn nicht, benutzt ihr es halt ohne Crosshair Mod, dann habt ihr halt das normale Fadenkreuz, was auch beim letzten Mal im Video drin war. Ich hoffe, euch gefällt das Textur Pack. Ich habe jetzt noch ein paar Partikel und ein paar Texturen überarbeitet. Sollte aber alles funktionieren. Und ich grüße an dieser Stelle nochmal die Feuerstein Namen. Wenn ihr meine FL wollt, Feuerstein, Feuer oder Stein oder irgendwie was mit Stein oder Feuer oder AIH als Rechtschreibfehler, sage ich mal, im Namen. Und dann werdet ihr in meine Freundschaftsliste dürfen, kommen dürfen, Gedöns machen tun. Und das ist so die Regel. Wenn ihr meine FL wollt, nennt euch so. Meinen Skin könnt ihr als Support übrigens auch einmachen. Freunde, wir gehen jetzt auf jeden Fall auf den Weißen hier. So, guck mal her. Zack, zack. Und da ist er down. Und nun rushen wir zum Blauen. Mal schauen, was das so mit sich bringt. Noch die Runde. Ich denke mal, das wird eine ganz nice Runde. Musste eben auf jeden Fall ziemlich viel rumlaufen. Grüße an typisch Eriksen. Ich muss eben viel rumlaufen, dass mir eine gewisse Person aus der Premium Lobby, dessen Namen ich nicht nenne, aus Stalkergründen, mir immer nachgejoint ist. Und das mochte ich nicht, deswegen, wenn ihr mich sorgt, macht das wenigstens auf einer netten Art und Weise. Und nicht, dass ich mich 5000 Jahre lang, ähm, ja, stalkt. Und Leute, Screens nicht in der Runde, weil das ist bahnbar. Ich mach das nach der Runde. Joa, da hat er uns eben mal runtergeboxt. Ich hasse das, wenn Leute sich nur stacken. Das ist das Nervigste in Bad Wars, finde ich. So, jetzt ist er wenigstens down. Grüße auf jeden Fall an Nashi und typisch Eriksen. Ihr kennt mich ja beide, dann fühlt euch geehrt. Ähm, ihr könnt gleich das Spiel machen, auf jeden Fall. Uh, sexy. Meine Live-Reaktion, meine Live-Reaktion habe ich übrigens auch schon eingeblendet eben. Und das ist auf jeden Fall auch was Cooles, fand ich im Stream. Ähm, auf jeden Fall, alle, die dabei waren, Grüße an euch. Es war einfach krass mit euch, hat richtig viel Spaß gemacht. Und der hat Busy Range. Naja, sah nach, sah nach raus, aber ich denke mal nicht, dass er hackt, das wäre komisch. Und Grüße an das Motorrad, was mir gerade wieder meine Audio verschlechtert hat, Mann. So, mit dem letzten darf ich jetzt Screens machen, sonst ist es nämlich bahnbar. Ja, geil. Dann warte ich auf ihn und dann boxe mich runter. Jetzt kriegt er kein Screens mehr, nö. Wenn es AP-Designer gibt, die sich trauen, mir einen 4K-Pack zu machen, ihr könnt mir schon schreiben auf Skype und Twitter, ich werde euch kontaktieren. So, mein Freund. Da hat er mich im Core-Web, naja gut, ich wollte mit ihm Scream machen, äh, dann hat er mich zweimal getötet, jetzt kriegt er auch kein Scream mehr, ich will einfach sagen. Das war's mit der Runde. Er kriegt jetzt auch kein Scream mehr, weil, ähm, er mich jetzt zweimal beim Scream getötet hat. Ich würde sagen, zu den Sehns beim nächsten Mal, haut rein, danke an die 3 Karos, ich liebe euch alle. Gönnt euch das Pack, teilt es rum. Auf Twitter, YouTube.